Lichtgeschwindigkeit Nummer 732, Donnerstag, 6. Januar 2011 und der Mark der Ideen, 22. Ausgabe in der losen Folge. Musik Bei Google herausgedruckt und Jukulele, also die Kunst, die gefragt ist, dazu wollte ich ganz kurz etwas sagen, ich rede überhaupt nicht von Kunst kaufen, Kunstmarkt, Kunst verkaufen, Umsätze machen, Erwerbskunst und so, sondern ich rede ganz einfach davon, dass ein kleines Kind irgendwie Mickey Mouse Filme Synchronisationsgequake von Donald Duck nachahmen kann und die anderen Kinder sagen, mach nochmal Dagobert und dann macht das Kind, quakt und dann lachen alle und eine halbe Stunde später sagt wieder ein Kind, hier mach doch nochmal Dagobert. Ja, das war dieser Witz von Otto Walkes, wo er also am Ostseestrand entlang geht und er hört die Stimme nach Travemünde und dann geht er nach Travemünde und die Stimme guckt nach oben und sagt Graben und er gräbt und dann buddelt die Kiste aus und Otto Walkes macht das also wunderbar vor und am Ende geht er ins Spielcasino und setzt und dann sagt die Stimme, welche Zahl und dann verliert er es und dann guckt er nach oben und sagt die Stimme, Scheiße. Und dann erzählt einer und sagt, erzähl doch mal die Geschichte von Travemünde. Warum denn? Das meine ich mit gefragt sein, wenn man also irgendwelche Besonderheiten kann, die einem auch Spaß machen und die andere Leute fragen, dann gibt das Hinweise auf eine Sonderstellung, die dann auch ganz allgemein gesagt vom Prinzip her, vom Verständnis, was ich meine, Anregung gibt, was man mal entwickeln kann, wo man eine Chance hat, eine Gefragtheit zu entfalten, ein Können zu entfalten, einen Beitrag zu leisten, der von der Gemeinschaft gefragt ist. Und die geschäftlichen Sachen, Marketing und alles, was dazu gehört, das sind dann ganz andere Aspekte, die ja auch diese Entscheidung ganz erheblich beeinflussen können. So viel nur zur Kunst, die heute zu über 90% von Staatskassen am Subsistenzunterlimit gehalten wird. Und alle glauben, das sei die Kunst, weil der Staat eine solche Kunst als Polizeipolitik kontrolliert und eine andere Kunst wird überhaupt nicht gehandelt. Also ein Wandteppich für ein Entree einer Bank zu stricken, hat nichts mit Kunstmarkt zu tun. Das ist dann Kunst am Bau oder Ausstattungskosten, so wie das Reinigungspersonal oder die neuen Tapeten. Und das wollte ich eigentlich hier nur kurz sagen, lese jetzt aus meinem schönen Text weiter, der uns sagt, dass wir nicht Frankreich mit Deutschland verwechseln sollen. Hier ist die Rede von Frankreich. Aber es gibt doch eine ganze Menge Gemeinsamkeiten, denn wir sind ja hier in unserem Abendland und in unserer Europäischen Union und in der Katastrophe. Wir sind in der Katastrophe, das ist die Hypothese hier. Wir steuern nicht in die Katastrophe, sondern wir sind bereits drin. Also heißt es hier, siebter Kreis. Hier wird ein zivilisierter Raum gebaut. Das erste weltweite Gemetzel von 1914 bis 1918, jenes, dem wir es zu verdanken haben, dass ein großer Teil des ländlichen und städtischen Proletariats uns auf einen Schlag vom Hals geschafft wurde, wurde im Namen der Freiheit, der Demokratie und der Zivilisation geführt. Anscheinend im Namen derselben Werte dauert der berühmt-berüchtigte Krieg gegen den Terror von gezielten Ermordungen bis zu Sonderoperationen seit fünf Jahren an. Die Parallele endet hier beim Anschein. Die Zivilisation ist nicht mehr diese Selbstverständlichkeit, die man ohne irgendeine Form von Prozess zu den Eingeborenen bringt. Die Freiheit ist nicht mehr dieser Name, den man auf die Mauern schreibt, da ihm nunmehr der der Sicherheit folgt, wie ein Schatten. Und die Demokratie ist, wie allgemein bekannt, in den reinsten Ausnahmegesetzgebungen auflösbar, zum Beispiel in der offiziellen Wiedereinführung der Folter in den Vereinigten Staaten oder dem zweiten Pervengesetz in Frankreich, das ist ein Gesetz von 2004, zur verschärften Verbrechungsbekämpfung mit dem Schwerpunkt organisierte Kriminalität. Innerhalb eines Jahrhunderts sind Freiheit, Demokratie und Zivilisation auf den Zustand von Hypothesen reduziert worden. Die ganze Arbeit der Herrschenden besteht von nun an darin, die materiellen und moralischen, symbolischen und sozialen Bedingungen zu schaffen, in denen diese Hypothesen halbwegs anerkannt sind, und Räume zu gestalten, in denen sie zu funktionieren scheinen. Zu diesem Zweck sind alle Mittel recht, einschließlich der am wenigsten demokratischen, am wenigsten zivilisierten, am meisten sicherheitsbezogenen. Ein Jahrhundert lang hat die Demokratie regelmäßig bei der Hervorbringung faschistischer Regime den Vorsitz geführt, hat sich Zivilisation immer auf Extermination gereimt, die von Melodien Wagners und Iron Maidens untermalt wurde. Und die Freiheit hat eines Tages im Jahre 1929 das Doppelgesicht eines Bankiers, der aus dem Fenster springt, und einer Arbeiterfamilie, die verhungert, angenommen. Man hat seitdem, sagen wir seit 1945, vereinbart, dass die Manipulation der Massen, die Tätigkeit der Geheimdienste, die Einschränkung der öffentlichen Freiheiten und die vollkommene Souveränität der verschiedenen Polizeieinheiten zu den spezifischen Mitteln gehörten, um Demokratie, Freiheit und Zivilisation zu gewährleisten. Im letzten Stadium dieser Entwicklung haben wir den sozialistischen Bürgermeister von Paris, der letzte Hand an die urbane Befriedung legt, an den polizeilichen Umbau eines Arbeiterviertels und in sorgfältig abgewogenen Worten erklärt, Hier wird ein zivilisierter Raum gebaut. Daran ist nicht zu beanstanden, aber alles zu zerstören. Hinter ihren Gebaren der Allgemeingültigkeit hat diese Frage nach der Zivilisation nichts von einer philosophischen Frage. Eine Zivilisation ist keine Abstraktion, die über dem Leben schwebt. Sie ist das, was die alltäglichste, die persönlichste Existenz bestimmt, besetzt, kolonisiert. Sie ist das, was die intimste und die allgemeinste Dimension zusammenhält. In Frankreich ist die Zivilisation untrennbar vom Staat. Je stärker und älter ein Staat ist, desto weniger ist er ein Überbau, das Exoskelett einer Gesellschaft und desto mehr formt er in Wirklichkeit die Subjektivitäten, die ihn bevölkern. Der französische Staat ist das Gerüst der französischen Subjektivitäten. Er ist das Erscheinungsbild der jahrhundertealten Kastration seiner Subjekte. Danach darf man sich nicht wundern, dass man hier so häufig von politischen Persönlichkeiten ausgeht, wenn man in den psychiatrischen Kliniken die Welt deliriert. Dass man sich einig ist, in unseren Führern den Ursprung all unserer Übel zu sehen, dass wir so gerne über sie meckern und dass diese Art zum Meckern der Beifall ist, durch den wir sie als unsere Herren intronisieren. Denn hier kümmert man sich nicht um Politik wie um eine fremde Realität, sondern wie um einen Teil seiner selbst. Das Leben, das wir diesen Figuren verleihen, ist genau das, das uns entrissen wurde. Wenn es eine französische Ausnahme gibt, kommt sie daher. Bis hin zum weltweiten Glanz der französischen Literatur gibt es nichts, was nicht die Folge dieser Amputation wäre. Literatur ist in Frankreich der Raum, den man für die Unterhaltung der Kastrierten souverän bewilligt hat. Sie ist die formale Freiheit, die man denjenigen zugestanden hat, die sich an das Nichts ihrer wirklichen Freiheit nicht gewöhnen. Daher kommt das obszöne Augenzwinkern, das Staatsmänner und Schriftsteller in diesem Land seit Jahrhunderten ohne Unterlass austauschen, wobei die einen gern die Kostüme der anderen ausleihen und umgekehrt. Daher auch die Angewohnheit der Intellektuellen, so hochtrabend zu reden, wenn sie so tief unten sind und immer im entscheidenden Moment zu versagen, dem einzigen, der ihrer Existenz wieder einen Sinn gegeben hätte, der sie aber auch aus dem Kreis ihres Berufsstandes ausgeschlossen hätte. Die These, dass die moderne Literatur mit Baudelaire, Heine und Flaubert als Gegenschlag zum Staatsmassaker vom Juni 1848 entstanden ist, wird vertreten und ist vertretbar. Im Blut der Pariser Aufständischen und gegen die Stille, die das Gemetzel umgibt, entstehen die modernen literarischen Formen Schwermut, Ambivalenz, Fetischismus der Form und morbide Gleichgültigkeit. Die neurotische Zuneigung, die die Franzosen ihrer Republik entgegenbringen, in deren Namen jeder Übergriff eine Würde verliehen bekommt und jede Niedertracht ihren Adelsbrief erhält, verlängert ständig die Verdrängung der Gründungsopfer. Die Tage im Juni 1848, 1500 Tote während der Kämpfe, aber mehrere tausend standrechtliche Hinrichtungen von Gefangenen, die Nationalversammlung empfängt die Kapitulation der letzten Barrikade mit dem Ruf »Es lebe die Republik und die blutige Maiwoche«, während der Pariser Kommune 1871, »sind Muttermale, die keine chirurgische Kunst zu entfernen vermag.« Koyewe schrieb 1945, »Das offizielle politische Ideal Frankreichs und der Franzosen ist heute noch das des Nationalstaates, der einen und unteilbaren Republik. Andererseits erkennt das Land in den Tiefen seiner Seele die Unzulänglichkeit dieses Ideals, den politischen Anachronismus der strikt nationalen Idee. Gewiss, dieses Gefühl hat noch nicht das Niveau einer klaren und deutlichen Idee erreicht. Das Land kann es noch nicht und will es noch nicht offen formulieren. Im Übrigen ist es gerade aufgrund des herausragenden Glanzes seiner nationalen Vergangenheit für Frankreich besonders schwierig, die Tatsache des Endes der nationalen Periode der Geschichte klar anzuerkennen und ehrlich zu akzeptieren und daraus alle Konsequenzen zu ziehen. Für ein Land, welches das ideologische Gerüst des Nationalismus selbst konstruiert und in die ganze Welt exportiert hat, ist es schwer zuzugeben, dass es sich dabei nunmehr nur noch um ein Objekt handelt, das in die historischen Archive einzuordnen ist. Die Frage des Nationalstaates und seiner Staatstrauer bildet den Kern dessen, was man wohl seit einem halben Jahrhundert das französische Unbehagen nennen muss. Demokratischer Wechsel nennt man höflich diesen krampfartigen Schwebezustand, dieses Pendeln von links nach rechts und dann von rechts nach links, so wie die manische Phase der depressiven Phase folgt und eine neue vorbereitet, so wie in Frankreich die eloquenteste Kritik des Individualismus mit dem erbittertsten Zynismus koexistiert, die größte Freigiebigkeit mit der panischen Angst vor Menschenmengen. Seit 1945 hat dieses Unbehagen, das sich nur zugunsten des Mai 68 und seiner aufständischen Feuers aufzulösen schien, immer weiter vertieft. Die Ära der Staaten, der Nationen und der Republiken geht wieder dem Ende zu. Das Land, das ihnen alles, was es an Lebendigem enthielt, geopfert hat, ist sprachlos. An dem Brand, den der einfache Ausspruch von Jospin, ehemaliger sozialistische Premierminister in Frankreich, der sagte, der Staat kann nicht alles, gelegt hat, erahnt man, was früher oder später die Offenbarung hervorbringen wird, dass er gar nichts mehr kann. Dieses Gefühl reingelegt worden zu sein, wächst immer weiter und wird brandig. Es begründet die latente Wut, die bei jeder Gelegenheit hochkommt. Dass das Trauern um die Ära der Nationen nicht stattgefunden hat, darin liegt der Schlüssel des französischen Anachronismus und der revolutionären Möglichkeiten, die er in Reserve hat. Danke für den Aufruf und nächste Folge kommt.